Untertitelung des ZDF, 2020 Thomas Mann, Alfred Kerr, Walter Benjamin, Albert Einstein, Stefan Zweig Die Menschen bitten dich um Hilfe, weil du sie leisten kannst. Ich stehe vor ihnen als Bettler um Hilfe. Du hast vollkommen recht für sie. Was wirkt irgendetwas gegen diese Wirklichkeit? Kann ich etwas für dich tun? Eine Kamera, wenn ich dich kann? Ein Tisch zum Schreiben? Wie kann man das Menschen in der Freiheit leben? Der Bräse hat eine Antwort gefunden. Fremel, du hast du? Sehr gut, sehr du hast du. Mein Mann macht die Präsentation, die Lieder, aber seit sechs Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich glaube an ein freies Europa. Ich glaube daran, dass Grenzen und Pässe eines Tages der Vergangenheit angehören werden. Ich zweifle allerdings, dass wir das noch erleben werden.